Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Endlich, nach so langer Zeit, gibt es mal wieder ein Top-Neuerscheinung-Video und ich möchte das gerne wieder einführen und fortführen. Ich habe das vor zwei oder drei Jahren, habe ich das wirklich regelmäßig gemacht, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich damit aufgehört. Und ich finde das total schade, weil das ist ein Format, was ich auch sehr gerne auf Blogs lese oder bei anderen YouTubern anschaue und was ich immer sehr gerne gemacht habe. Und ja, ich möchte euch heute gerne die Bücher vorstellen, auf die ich mich am meisten im August freue und die ich gerne lesen möchte, beziehungsweise vielleicht beim einen oder anderen erstmal die Rezension erwarte, aber auf jeden Fall auf die ich mich am meisten freue. Alle Bücher sind unten verlinkt, da könnt ihr euch nochmal in Ruhe den Klappentext durchlesen und so weiter und so fort. Und bitte vergesst nicht, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich bin dort echt so gut wie immer live und wir unterhalten uns dort auch die ganze Zeit über Bücher und Serien und alles Mögliche. Hashtag Books Matter, ihr wisst Bescheid. Wir starten jetzt mit meinen Top-Neuerscheinungen für den August 2018. Das erste Buch, auf das ich mich am aller, 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 allermeisten freue, ist von der allerliebsten Ava. Vielleicht kennt ihr sie auf YouTube, ich verlinke euch mal ihren Kanal unten in der Infobox. Und zwar erscheint von die Mondprinzessin mit diesem wunder, wunder, wunderschönen Cover. Er erscheint der zweite Teil, Mondlichtkrieger und zwar schon am 1. August. Und ich kann es nicht abwarten, mir das Buch zu kaufen und zu lesen. Ich fand das wahnsinnig toll. Es geht zwar hier so ein bisschen, ja, so Weltall und andere Welten und so, aber das ist nicht wirklich Science Fiction, sondern eher so ein bisschen Fantasy. Untersee, aber mir hat er so gut gefallen und ich fand das großartig. Ich finde, das Buch ist auch von innen so wunderschön aufgemacht. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Band 2, wie mir dieser gefallen wird. Aber ich glaube, der wird mich genauso begeistern können wie der erste Band. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle beide unten in der Infobox. Das nächste Buch, auf das ich mich schon wahnsinnig freue und es liegt auch schon seit längerem hier bei mir. Und irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, es zur Hand zu nehmen und zu lesen, was sehr schade ist, weil hinter diesem Buch verbirgt sich, glaube ich, eine wunderschöne Geschichte. Und zwar handelt es sich um der Welten-Express von Ankersturm. Das Ganze erscheint im Karzen Verlag am 31. August, zwar erst zum Ende des Monats hin, aber ich glaube, uns erwartet hier eine wunderschöne magische Geschichte. Hier geht es nämlich um den Welten-Express, wie man es auch schon auf dem Cover natürlich sehen kann und den Titel entnehmen kann. Es geht hier um ein magisches Internat, das stetig in einem Zug fährt und von Magie angetrieben wird. Und in diesem Internat passieren einige Dinge. Und ja, es erinnert so leicht ein ganz entfernt etwas an Harry Potter. Aber ich glaube, das ist eher so dieses Feeling, was man bekommt, wenn man sich den Klappentext durchlässt. Ich finde, es hört sich so schön an und es soll auch richtig, richtig toll sein. Das wurde mir sehr vom Karzen Verlag ans Herz gelegt und ich habe das auch schon als Rezensionsexemplar bekommen. Das wurde mir damals auf der Messe vorgestellt. Und als die liebe Ute das vorgestellt hat, das hat sie so leidenschaftlich, so, ich weiß nicht, mir rübergebracht. Und ich hatte sofort Lust, das Buch zu lesen und zu verschlingen. Und ja, jetzt steht es hier und ich muss es nur noch zur Hand nehmen und endlich die Zeit finden, es zu lesen. Und ich freue mich schon sehr drauf. Also lest euch bitte den Klappentext durch. Der Link ist unten. Es hört sich so schön und süß an. Ich glaube, das ist halt so ein tolles Buch für jung und alt einfach. Und auf jeden Fall für alle Harry Potter Fans. Bleiben wir doch gleich bei Harry Potter. Im August erscheinen auch im Karzen Verlag die neuen Harry Potter Ausgaben. Mich würde hier interessieren, was sagt ihr dazu? Findet ihr die neuen schöner oder die alten? Ich muss sagen, ich finde die neuen von der Aufmachung an sich tatsächlich schöner als die alten. Was mir nur nicht gefällt, das gefällt mir aber bei den alten auch nicht, sind die Illustrationen von Harry, also der Charaktere. Die gefallen mir nicht so. Also dieser Zeichenstil hat mir aber auch bei den ersten nicht so gut gefallen oder auch bei den anderen Anderssprachigen so. Aber ich finde diese Rücken und so diese Verschnörkelte, das Verschnörkelte so, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich bin mal gespannt, wie die so in echt aussehen werden. Ich habe bisher auch nur Bilder gesehen und bin sehr gespannt. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die neuen Cover? Für mich sind sie halt eher so ein bisschen kindlicher. Also ich habe so das Gefühl, der Verlag möchte damit nochmal so eine neue Generation Potterheads reinholen. Und das ist jetzt nicht was für eingefleischte Harry Potter Fans, die auch schon erwachsen sind. Ich würde mir aber voll wünschen, dass der Karsten Verlag vielleicht auch nochmal so erwachsene Cover rausbringen. Das wäre mega cool. Dann geht es weiter mit einem neuen King und zwar erscheint The Outsider. Und ich finde, das Buch hört sich sehr gut an. Also es geht hier darum, es wird eine Leiche von einem Jungen gefunden, der geschändet worden ist. Und sein Lehrer soll quasi ihn misshandelt und getötet haben. Und dabei hat er aber ein Alibi, aber seine DNA-Spuren weisen darauf hin, dass er es war. Aber ja, er hat halt ein Alibi und ist eigentlich voll ein netter Mann. Und keiner kann sich halt vorstellen, dass er das getan haben soll. Und ich finde, der Klappentext hört sich so spannend an. Also lest es euch auch mal gerne durch, ist auch unten verlinkt. Schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Aber ich glaube, hier werde ich jetzt erstmal die Rezension abwarten. Weil ich kann mir halt vorstellen, weil es halt ein King ist, okay, er kann schreiben, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Aber dass es halt so zu sehr gehypt wird, genauso wie hier Origin von Dan Brown, habe ich auch nicht gelesen. Weil alle Rezensionen so schlecht waren. Ich habe einfach keinen Bock, es zu lesen, obwohl es hier steht. Ich habe es mir zum Erscheinungstermin gekauft. Und ich rege mich über mich selber auf, dass ich die Rezensionen gelesen habe. Wenn ich es schon hier habe, hätte ich es zur Hand nehmen sollen. Aber hier, ich weiß, das Buch wird wahrscheinlich wieder extrem teuer sein, weil es ja King ist. So, ihr wisst es wahrscheinlich. Ich denke, es kommt als Hardcover raus mit knapp 800 Seiten. Und es wird auf jeden Fall seinen Preis haben. Und da warte ich lieber ein paar Rezensionen erstmal ab, bevor ich das dann lesen werde. Und wenn, dann werde ich es mir sowieso, glaube ich, als Hörbuch holen. Das nächste Buch ist so ein Horror-Thriller. Und das habe ich nur aus Zufall entdeckt. Es ist aus einem Fester Verlag und heißt der Satyr. Ja, hier geht es um einen Schriftsteller, der eigentlich nur noch so seinen Hund hat. Und ja, er lebt nur mit seinem Hund und geht mit dem halt gerne spazieren. Und da sieht er eine Frau und einen Satyr. Also, der verwandelt sich aus einer Statue heraus und lockt Frauen in den Wald und macht wahrscheinlich irgendwelche Dinge mit diesen Frauen, nicht so schöne Dinge. Und ja, das soll anscheinend super gruselig sein und super spannend sein. Und ich finde Satyr, das ist so eine, ja, mal so ein neues Fabelwesen. Wisst ihr nicht immer so das Gleiche? So Dämonen, Vampire, Dexen, Zauberer, Gestaltwandler. Also ihr wisst, was ich meine. Sondern das ist einfach mal so was anderes. Und ich finde, das hört sich richtig spannend an. Ich weiß zwar, dass ich mir wahrscheinlich die Hose machen werde, weil ich glaube, die Bücher aus dem Fester Verlag, die haben es schon in sich. Aber irgendwie macht mich das schon an, so. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es wieder kaufen werde, aber es ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste gelandet. Und ich bin gespannt, ob der Satyr mein erstes Buch aus dem Fester Verlag wird. Das nächste Buch ist mir eigentlich nur wegen dem wunderschönen Cover aufgefallen. Und zwar ist es eine Krone aus Feuer und Sternen von Audrey Cullthurst. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aus dem CBT Verlag. Und mit Kronencovern hat man mich ja schon immer gecatcht. Hier geht es auf jeden Fall um eine Prinzessin und sie verfügt über Feuermagie, wird aber verheiratet an einen Prinzen, in dessen Land die Todesstrafe auf Magie steht. Und sie freundet sich aber, glaube ich, mit seiner Schwester an und sie ist auch total eingesperrt. Und beide Mädchen wollen eigentlich nur frei sein, ihre Freiheiten genießen und aus diesem goldenen Käfig ausbrechen. Und ich glaube, die müssen dann irgendwie einen Krieg verhindern oder so. Ich habe es gerade nicht zu 100% im Kopf. Wie gesagt, ich habe den Text unten verlinkt. Es könnte eine schöne Jugendbuchgeschichte sein, so mit Fantasy-Elementen. Etwas, worauf ich stehe, weil ich mag sowas total gerne, auch wenn es dann so starke Protagonistinnen sind. Aber ich muss sagen, der CBT Verlag hat mich in letzter Zeit doch schon immer wieder so ein bisschen enttäuscht, weil man denkt immer so, wow, das hört sich so gut an und so ein schönes Cover und voll der packende Klappentext. Und dann liest man das und dann ist es irgendwie so, ja, so 0815 Jugendromane. Wisst ihr, wie ich meine? Und da habe ich hier ein bisschen Angst davor und darum werde ich auch hier erstmal die Rezension abwarten, bevor ich es dann kaufe und lese. Vorletzte Buch, das habe ich tatsächlich schon hier allerdings auf Englisch und ich wusste überhaupt nicht, dass es übersetzt wird ins Deutsche und ich habe das auch nur aus Zufall gesehen und ich habe mich so gefreut, weil das ein Buch ist, das ich unbedingt lesen möchte. Aber, ja, ihr kennt ja den inneren Schweinehund, wenn es darum geht, auf Englisch zu lesen. Und zwar ist es The Crowns Game von Evelyn Sky. Das habe ich mir auch erst vor kurzem gekauft. Ich glaube, da gibt es auch schon zwei Bände im Englischen und das erscheint am 20. August im Gulliver von Bels und Gelberg Verlag. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Hier geht es um zwei Zauberer, eine Frau und einen Mann. Vika und Nikolai, glaube ich. Und Vika kann Asche zu Gold verwandeln und Nikolai kann aus Luft Brücken erstellen und sonst irgendwas. Keine Ahnung, gerade aus dem Kopf. Und, ja, das sind die zwei letzten Zauberer in Russland. Und die beiden müssen sich im Crowns Game gegeneinander bekämpfen. Und derjenige, der überlebt, wird der Magier des Zaren werden. Und, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich verlieben die sich ineinander oder so. Kann ich mir halt gut vorstellen, weil Frau und Mann haben Jugendbücher so an sich. Hashtag no Spoiler. Ich habe es noch nicht gelesen, keine Ahnung. Aber da fange ich jetzt einfach mal aus. Also ich weiß noch nicht, ob ich schon mal auf Englisch anfangen werde. Oder ob ich es auf, ähm, ah, Nikolai, genau, der kann durch Wände sehen und Brücken aus dünner Luft erstellen. Ich habe keine Ahnung, was dünne Luft sein soll, aber okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es auf Deutsch schließen werde, auf Englisch, keine Ahnung. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf und ich finde es so cool, dass es ins Deutsch übersetzt wird. Link zu dem Englischen und dem Deutschen ist unten in der Infobox. Und das letzte Buch, das ich euch gerne vorstellen möchte und das mich auch irgendwie interessiert, ist Queen of Blood von Jill Miles. Die Bestimmung aus dem Bastei-Lübbe-Verlag. Und das sieht irgendwie so aus wie so ein Dornröschen-Cover, finde ich. Ähm, oder so ein schön und das Biest-Cover, also irgendwie voll märchenhaft. Und hier geht es auf jeden Fall auch um eine Fantasy-Geschichte. Wir haben hier das Volk der Vidari und das wird seit Jahrzehnten grausam von den Atoniten unterdrückt. Und, ähm, ja, die junge Gänsemarkt-Serie gelangt an den Hof des geheimnisvollen Herrschers, denn dort soll sie für den Widerstand der Vidari spionieren. Aber als sie den Blutprinzen Graeme kennenlernt, kommen ihr Zweifel an der Mission und, ja, sie weiß nicht, ob sie ihr Volk oder ihre Liebe verraten soll. Und, ähm, sowas mag ich. Das sind so kitschige Fantasy-Geschichten, ganz nach meinem Geschmack. Und, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wieso die ersten Stimmen? Also, ich habe es mir abgewöhnt, Bücher fortzubestellen und sofort zu kaufen. Und ich warte immer lieber erstmal so die ersten Stimmen ab und wäge das für mich so ein bisschen ab, ob das was für mich sein könnte oder nicht. Auch wenn es negative Rezensionen sind, ähm, ich kann das trotzdem für mich so einschätzen, ob das was ist, was mir gefällt oder nicht, weil ihr wisst, ich habe einen sehr eigenen, ähm, ja, Geschmack. Ähm, ja, aber ich finde, das hört sich auch irgendwie interessant an und der Bastel-Lübbel-Verlag bringt ja zurzeit echt tolle Fantasy-Bücher auf den Markt. Also hier Tochter der Götter, ihr wisst, absolutes Highlight für mich. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Bücher und mich würde es sehr, sehr, sehr interessieren, welches von denen ihr gerne lesen würdet. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Ansonsten lasst uns auch gerne auf Instagram zusammenquatschen, Link hier oben. Und, äh, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss!